Ja Leute, es gibt eine neue Verbotsliste und die schauen wir uns jetzt an. Ja Leute, es gibt eine neue Verbotsliste, die doch ein bisschen überraschen kann, da man gedacht, es kommt erstmal lange keine, aber es ist eine gekommen und ich würde sagen, die gucken uns einfach Stück für Stück an, beziehungsweise gucken uns auch die Auswirkungen eben an, die eben dadurch entstehen. Ja, zunächst einmal, die Liste ist ziemlich klein, das kann man auf jeden Fall sagen und wie gesagt, besser als keine, viele beschweren sich, dass die Liste nicht ganz so gut ist oder nicht so ist, wie sie erwartet wurde. Ja Leute, ich sag mal so, wir haben alle gar keine erwartet, also besser als keine und ja, man hätte natürlich mehr machen können, aber wie gesagt, die verändert quasi kaum was. Aber wir gehen jetzt ganz einfach durch, wir gehen hier auf Änderungen und fangen einfach an mit Kurios. Ja, Kurios natürlich eine spielsteige Karte, auch eine Karte, die vielleicht jetzt zu Recht gebannt wurde. Sie ist jetzt gerade im aktuellen Format nicht so häufig gespielt worden, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Man hat sie halt in Tier Lunalight oder so gespielt, aber die Karte hat immer krasses Potenzial eben, weil sie irgendwas absetten kann, vor allen Dingen auch mit Reif. Klar, wir haben jetzt ein Dark World Structure Deck, was kommt. Die Liste ist aktiv, genau da, wenn er Structure Deck kommt. Und ja, Dark World ist einfach der Inbegriff von FDKs. Und man will hier einfach vielleicht mit Kurios auch ein bisschen Vorsorge treffen, dass eben keine FDKs eben mit Dark World kommen werden. Dann Surprise wird immer ein FDK damit möglich sein, aber wie konstant ist das immer? Das ist halt die Frage, deswegen Kurios hier eben bannen. Ist auf jeden Fall der richtige Schritt, weil die Karte per se jetzt gerade vielleicht nicht das Problem ist, aber die Karte ist an sich immer eine Problemkarte. Von daher auf jeden Fall zu Recht gebannt gewesen. Ja, dann Mystic Mine. Ja, aber was soll ich dazu sagen, Leute? Die Karte gehörte zum Spiel dazu. Man musste Main-Out spielen, einfach um eben nicht gegen diese Karte zu verlieren. Ja, die Karte ist jetzt weg. Heißt zum einen, gewisse Stun-Decks funktionieren nicht mehr, was natürlich sehr schön ist. Und des anderen, man muss halt eben nicht mehr zwingend Main-Out spielen, weil man eben nicht gegen diese Karte verlieren kann mehr. Klar, Back-Row, es gibt Back-Row-Decks, da ist natürlich ZF-Removal immer sehr gut. Jedoch brauchen wir das Ganze nicht unbedingt, denn ja, vielleicht liegt da ein Floodgate oder so. Aber ein Floodgate an sich ist nicht so heftig wie Mystic Mine. Weil gegen Mystic Mine hast du einfach instant verloren. Gegen Karten wie Ghostmatch oder so, da kannst du irgendwie drumherum spielen oder irgendwie ein Out oder irgendwie was möglich machen. Aber gegen Mystic Mine ging das halt einfach nicht so. Und du konntest halt gar nicht mehr spielen. Bei Ghostmatch, Skill-Drain hast du nicht gesehen. Es gibt Möglichkeiten, wie du spielen kannst, gerade eben mit Tier-Elements-Meter, mit der Field-Spell, kannst du immer irgendwas schießen oder so. Von daher, ja, braucht man eben nicht zwingend den ZF-Removal eben Main. Gehen wir zur nächsten Karte, und zwar Herold des Orangenen Lichts. Und da muss ich sagen, überraschend. Überraschend wirklich, denn das ist eine Karte, die nicht in jedem Deck gespielt wurde. Da können wir uns nämlich gleich auch nochmal die Listen angucken, so, oder zumindest eine Liste angucken. Ähm, sie wird nicht in jedem Deck gespielt. Heißt, Tier-Shisu spielt sie nicht zwingend. Man kann die Karte natürlich spielen. Karte ist auch sehr gut, aber sie ist eigentlich eben nice to have. Also sie ist das extra. Es ist halt nicht das Deck selber. Also das Deck ist halt stark. Herold ist halt auch stark in Kombination. Aber, ja, man will vielleicht auch den Conträr, also das Shift der EDC, vielleicht nicht noch den Herold geben. Ähm, es ist klar, One of Herold kannst du natürlich theoretisch spielen, weil, ja, wenn du immer noch Kuluri-Shisu-Karten spielst, juckt dich das nicht. Entweder ziehst du, oder ziehst du ihn nicht. Ähm, aber dann ist es halt sehr random. Es ist halt nicht so das konstante Ding. Wahrscheinlich wird man sie eh eher kicken. Aber wir werden es mal angucken. Ähm, aktuelles Format. Äh, YCS Dortmund. Wir haben hier Tier-Shisu, Top Tier und Flanderies, wäre es gedacht. Ähm, ja, und wir gucken uns einfach mal die Gewinnerliste an. Ja, Leute. Was fällt euch auf? Die Stack hat an der YCS gewonnen. Spoiler. Da war Herold noch nicht auf 1. Ihr seht, äh, pff. Ja, pff. Man braucht Herold eben nicht spielen, äh, um dieses Deck zu spielen. Das heißt, das Deck ist unverändert, Full Power da. Wie gesagt, es gab Varianten. Wenn wir zum Beispiel hier, ähm, jetzt eben den dritten angucken. Hier zum Beispiel, beziehungsweise Top 4. Äh, dann sehen wir hier dreimal Herold drin. Okay, hier war sie natürlich drin. Ähm, aber okay, dann spielen wir halt eben nicht diese Variante, sondern spielt eben in Zukunft eher diese Variante. Ich meine, well, ne? Äh, von daher, der Hit gegen den Herold ist jetzt halt nicht so krass. Äh, aber er ist okay. Hilft halt wirklich dem Gegendeck. Flanderys eben, dass Schiff dann nicht aufgehalten wird. Dann machen wir aber weiter. Und zwar Liedervögel. Ja, Liedervögel, äh, vortragender Star. Karte ist gut, denn, ähm, wenn man zwei davon hat, ähm, dann kann man in Utopia gehen. Was sehr cool ist, weil man einfach eben bisher nur einen hatte, hat man sich immer noch zu gespielt. Man kann halt eben searchen, aber wenn du zwei hast, dann kannst du halt eben zwei bauen, zweimal was searchen und kannst dann eben in Utopia gehen. Heißt, äh, in Tree Brigade oder so hat man dort dann eben, ähm, ja, einfach, äh, mehr Möglichkeiten. Also sehr gut hier, ähm, Tree Brigade bekommt hier neuen Input, aber das ist natürlich Task 10-Klage gegenüber, äh, Tree Brigade natürlich komplett überlegen ist. Dementsprechend, äh, ja, macht das halt nicht so viel. Hilft dem Deck aber halt eben einen besseren First-Turn zu legen. Also ist natürlich ganz nice. Ähm, weiter geht's mit Sternenritter. Ja, mit dem Sternenritter. Und da muss ich sagen, das ist eine Karte, die sehr, 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 sehr lange verboten war. Und der ein oder andere weiß gar nicht, was kann die Karte überhaupt? Warum war die überhaupt verboten? Naja, ähm, zunächst einmal, sie ist sehr generisch. Man kann sie halt sehr, sehr einfach beschwören, was natürlich schon mal eine Sache ist, ähm, die man bedenken sollte. Des Weiteren, ähm, kann man mit ihr, wenn man drei Materialien hat, äh, einfach ein beliebiges Exit, was höher ist, beschwören. Hier wurde es in der Vergangenheit benutzt, einfach ein Cyberdrachen Nova zu beschwören. Und über Cyberdrachen Nova dann einfach eben ein Cyberdrachen, äh, Infinity drüber zu legen. Heißt also, er ist ein Cyberdrachen Infinity, ein Omni-Negade. Heißt also, wir haben, äh, Access mit generischen, äh, Stufe 4 Monstern, ein Omni-Negade zu rufen. Ist sehr stark. Außer Frage, ähm, aber inzwischen natürlich auch nicht mehr so zeitgemäß. Weil, ganz ehrlich, wir können mit zwei oder drei Monstern dementsprechend, ähm, auf jeden Fall deutlich mehr einstellen, als ein Omni-Negade hinzustellen. Dementsprechend, ja, ist natürlich, ähm, an sich eine gute Karte, außer Frage. Aber halt gar nicht mehr so krass in den aktuellen Meta. Zusätzlich kann man halt theoretisch, weil, ähm, Sternritter, äh, kann man auch in ihn hier gehen. Ähm, was natürlich, äh, theoretisch dann sozusagen ein, äh, kleiner Counter ist, ähm, denn es geht um Finsternisse. Äh, kannst du die, äh, die Aktivierung annulieren und zerstören bei Finsternis-Monstern, was sehr, sehr, sehr cool ist. Äh, außerdem hat er, genau, äh, kann keiner Karten, äh, auf den Friedhof legen. Und alle Karten den Friedhof, äh, die von Friedhof auf die Hand zurückgehen würden, wären stattdessen verbannt. Also es ist schon ein Floodgate-Monster, was natürlich auch deutlich einfacher zu rufen ist, jetzt eben hierüber. Ähm, muss natürlich sagen, sind also Optionen, kann interessant werden für das ein oder andere Deck. Und gerade eben, wenn man sagt, okay, ich hab hier ganz viele Buddies irgendwie in so einem Deck und weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ähm, ich will irgendwie, was soll ich damit machen? Ja, leg einfach ihn, leg ein Omni in den Gate, let's go. Das sind jetzt erstmal so die, ähm, Möglichkeiten, die halt eben einen so als erstes auffallen. Ist, wie gesagt, ähm, nice. Ist ein Experiment, aber wird jetzt nicht so krass sein, dass irgendwas heftig verändert werden wird. Oder wird irgendwie die Meta komplett auf den Kopf stellen. Es wird halt, wenn in Zukunft höchstens ein Kombo-Element mehr sein, ein Omni in den Gate mehr sein, das war's. Also mehr wird es nicht machen. Ein Omni in den Gate, klar. Ne, ein Omni in den Gate ist ein Omni in den Gate. Aber ja, ähm, so, kommen wir bis heute mit Dimensionsriss. Dimensionsriss, eine gute, äh, Floodgate-Karte gegen das ein oder andere Deck. Ist sehr spezifisch, äh, funktioniert nicht gegen jedes Deck. Ist natürlich, ähm, eine gute Karte für Flandry zum Beispiel. Bedeutet also Dimensionsriss hier eine sehr, sehr gute Karte, ähm, auf drei. Why not? Kann man natürlich machen. Hilft natürlich diesen Counter-Decks immens. Also wir haben hier einfach mehr Karten, die Counter-Decks helfen. Fertig. That is. Ähm, ja, es sind dennoch nur Counter-Decks. Counter-Decks sind meist nicht die Decks, die dann ein Event gewinnen. Aber natürlich extrem nervig sein können oder sind. Äh, dazu eben passend noch, äh, Makrokosmos ebenfalls auf drei. Ähm, ist natürlich klar. Man könnte argumentieren, dass man sagt, man lasst den Makrokosmos auf eins und Dimensionsriss auf drei oder so. Oder umgekehrt. Mit der Begründung, man will nicht zu viele Banish-Karten haben. Oder eben argumentieren, das eine ist der Zauberkarte, das andere ist der Fallenkarte. Das eine kannst du deinen Zug noch machen, das andere kannst du auch einen gegnerischen Zug machen. Bla, bla, bla. Also es gibt genug Möglichkeiten, wie es argumentieren kann. Aber Akronom hat sich hier gesagt, nein, wir wollen wirklich sechsmal Banish-Karten haben plus Shifter. Heißt, neun Karten. Let's go, Flunderees. Äh, have fun. Ähm, ist okay. Wird halt grundsätzlich nix verändern. Wie gesagt, es stärkt nur die Counter-Decks, Exorcister von mir aus. Äh, oder halt eben Flunderees oder irgendeine ganz komische Variante. Äh, wie gesagt auf Anti. Anti, also irgendwie Metall der Toten gibt es ja dann auch wieder eine andere Anti-Art. Also mit Pendel zum Beispiel. Also es ist halt eben nur, also jetzt natürlich nicht mit Makrokosmos, aber allgemein ist das halt eben nur Anti. Und von daher, okay, können wir natürlich machen. Äh, let's go. Kommen wir zur nächsten Karten, zwar Tanky. Ja, Tanky. Äh, äh, Tanky ist glaube ich die meist switchendste Karte in der modernen Zeit. Es gibt natürlich Karten, die in der Vergangenheit auch oft geswitcht sind. Aber die Karte hüpft immer wieder. Eigentlich kann man es pauschal sagen, sobald irgendein Deck Meta wird. Und womit man eben ein ungeheuer Krieger hätten kann, wird die Karte reduziert. Ist das nicht Meta? Geht's wieder auf 3. Und ja, so ist es natürlich auch. Ähm, Triple Gate ist das Deck, was einem sofort einfällt zur Zeit mit Feuer. Der, äh, mit Tanky eben. Jo, Triple Gate nicht Top Tier, nicht mal ein Ansatz. Äh, dementsprechend, why not. Go auf 3. Let's have fun. Ähm, jo, kann man machen, ne. Ändert halt auch nicht so viel an der Meta. Und zuletzt Metaversum. Ja, nimm einen Spielverzauber von deinem Deck oder aktiviere ihn oder füge ihn der Hand hinzu. Das ist natürlich eine extrem starke Karte, aber Mystic Mine wurde verboten. Was nicht heißt, dass es nicht gute Karten gibt, die man damit, ähm, theoretisch, ähm, aktivieren kann oder auf die Hand nehmen kann. Aber, ähm, ja, Mystic Mine war auf jeden Fall deutlich die beste und unfairste auch. Und wir sprechen auf 3, äh, ganz klar zurecht. Kann man definitiv mahnen, weil, wie gesagt, Mystic Mine ist jetzt ja eben weg. Ja, das ist eben der kleine Überblick. Ich wollte einfach mal drauf eingehen, eben, was das Ganze so bedeuten hat. Warum überhaupt welche Karten gebannt worden sind. Was die Hintergründe sein könnten, ähm, jo, ist eine ziemlich kleine Liste. Vor allem räumt sie sehr viel auf, wenn man bedenkt. Es sind ja streng genommen einfach, äh, 5 Karten von der Verbotsliste weg. Also, die stehen nicht mehr drauf. Äh, okay, wir haben stattdessen, haha, wir haben stattdessen, ähm, 3 neue drauf. Aber eine geht auch höher. Heißt, die Verbotsliste ist insgesamt leerer geworden, was immer gut ist, weil, ja, die Verbotsliste ist natürlich, wenn man jetzt hier anguckt, äh, noch sehr, 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 sehr voll. Aber sie lehrt sich. Sie lehrt sich wirklich. Und wir haben bald, wenn es so weitergeht, wirklich, ähm, nur noch Karten auf 1 oder Karten auf 2. Ähm, ja, und Militius natürlich, ne? Also Militius wird auf 2 bleiben. Ähm, ist übrigens sehr, sehr lustig. Topf der Begieren wird auch irgendwie irgendwann auf 3 gehen. Äh, der Star wird nächste Bandlist auf 3 gehen. Heißt also, wir haben nächste Liste, wenn nicht eine neue Karte auf 2 kommt, natürlich. Militius alleine auf 2, das vollkommen okay ist. Und noch diverse Karten auf 1, ähm, und dann in Zukunft halt nur noch den Bandpile. Also, der Ansatz gefällt mir auf jeden Fall, dass man die Liste halt immer leerer machen will. Finde ich halt sehr gut. Abschließend, was kann man zur Liste sagen? Die Liste ist gut, äh, Curious und Mystic Mind sind Problemkarten definitiv gewesen, wurden gehittet. Verändern jetzt halt, wie gesagt, nichts an der Meta. Die Meta ist quasi Tier 0, äh, Tier Elements Ishizu. Damit müssen wir leben, damit müssen wir spielen. Das Problem, was ich sehe, ist nicht, dass das jetzt so ist, weil, ey, ganz ehrlich, das Format ist noch relativ jung. Klar, es ist vielleicht für den einen oder anderen echt blöd, aber es ist jung. Es war klar, dass hier nichts gemacht wird. Was mich nur abschreckt ist, die Liste kam jetzt. Bedeutet, die nächste Liste, aus meiner Sicht, wird erst Februar, März kommen. Das heißt, wir hätten dann 3, 4 Monate Tier Shizu, Tier 0 Format. Pfff, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass die nächste Liste wird auch überraschend kommen und früh kommen und dann vielleicht wirklich nochmal ein bisschen das Deck hittet. Ich sage gar nicht, dass Tier Shizu verboten werden muss oder so, weil ich denke mal, der Power Creep wird in Zukunft das eh regeln, dass das Deck irgendwann raus rotiert. Jedoch nicht, wenn es eben Full Power existiert. Wenn man eine Consistency hittet, dass man sagt, viel Spell hit oder, äh, na gut, Krikulos verbieten, dann, ja gut, dann will man das Deck auf jeden Fall ran haben. Oder Hafen ist verbieten, ist eine Fusion weniger pro Zug, Interaktion im gegnerischen Zug weg. Kann man auf jeden Fall machen, theoretisch. Das Deck wäre immer noch spielbar, aber würde halt ganz schnell den Post in das Top Tier Decks verlieren. Wir werden sehen, was eben in Zukunft kommen wird. Ja, das war es jetzt aber auf jeden Fall hier zu der Liste. Was sagt ihr zu der Liste? Schaut mal in die Kommentare, wie ihr eben die Liste findet. Und ich würde sagen, das war es von mir. Und bis, bye! Bis zum nächsten Mal.